Also Klüm, der hat schon großes Talent auf jeden Fall fürs Bauen. Er könnte mich schlagen, ich könnte ihn schlagen. Was Details angeht, da könnte ich ihm vielleicht tatsächlich den Titel streitig machen. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Kopf an Kopf werden. Die Außenbauen sind mit das Erste, was gebaut wurde. Das ist alles total eng und dicht, Nachteil einer Höhenburg. Also wir haben hier ganz viele Gebäude nebendran, das wird schwierig. Die Realität ist dann auf jeden Fall eine andere als die Vorstellung. Aber die Vorstellung, muss ich ehrlich sagen, ich war sehr motiviert. Ich glaube, der Turm hätte noch Höhe vertragen können. Der Turm ist exakt maßvoll. Ein Großteil deiner Mauern ist zu niedrig. Ich kann mir das so in einem Spiel auch vorstellen.